hallo und herzlich willkommen zurück zu wwgc dead by daylight mit dem virus und dem crazy und dem nervi hallo mal gucken ob der player wieder disconnected ja wenn es wieder mich ist vielleicht schon sie haben ein ladebildschirm bestellt das ist cool wenn es eine anti-michael-map gibt wo du unter das wasser gehen kannst die gibt es immer michael steht vom wasser ich kann nicht rein dux drinnen ich kann nicht draus jetzt habe ich ein ohr wo hey hey mr talimann talimann balala talimann balala ja das war ja ja taliban ja taliban taliban sind so eine alle ganz sich genauso wie jessessi 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 und franz jessessi jessessi foam nat es w Geist die? Geist die? Geist? Mit dem Glockenspieler ist das ok. Ne, der Geist. Ich habe eine Tasche in der gelben und die lege ich mal in die Batman-Höhle. Weiß Fenster. Die gute alte Batman-Höhle. Ich bin nicht mal ansatzweise in der Nähe. Und er versucht sich selber drunter zu hängen. Lass ihn sterben. Lass ihn sterben. Hochweit lass ihn sterben. Dann ist die auch sterben, oder? Entweder erholt ihn dann einer runter, er ist beim nächsten Mal tot. Oder spielen ohne. Versucht da rüber zu kommen. Holt ihn runter, ich spiele nicht lange länger mit dem Geist. Ja, ich bin nur dabei, Mann. Meine Punkte. Heilen, direkt heilen. Direkt heilen. Direkt heilen. Jetzt ist er auch wieder zu meinem Generator zurück. Wir hauen direkt aber gerade aus. Crazy bist du weg? Nein, der lehrt mich noch. Dann hau doch mal. Ringel, Ringel, Reihe, ja, Ringel. Das war wieder klar. Wir mussten uns erst das Totem machen. Der kann er ja lösen. Oh Mann, der kann er ja noch. Der hat viel anlass. Kappeln abgelenkt. So, jetzt haben wir genug mit Spiele. Rotum Spiele vorbei, bitte. So, jetzt mal durchschnaufen. Dann steig ich wieder aus den Schrank. Mann, Alter. Ist das denn jetzt euer Ernst? Oh Mann, wer das aus dem Steam-Dings verbraucht denn das? Was? Ab dem Jen. Alter, wie doof ist der Typ denn? Virus, komm mal gerade aus. Nein, ich komm nicht. Ich bleib hier am Generator. Ich bin das. Hör mal kurz auf. Ich halte ihn. Na, mach mal Jen. Er ist nicht schon tot. Der Killer ist noch hier. Er sucht hier noch ab. Ich wollte dich eben teilen. Nicht teilen. Der Killer ist noch hier. Der sucht hier noch ab. Immer noch? Wir haben gerade knallen lassen. Ja, absolut nicht. Ich bin vorne fertig, mach's. Warte, 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 warte. Lass mich dich eben teilen. Er will mich nicht mehr. Geht zu dem Generator. Ja, ja, zu uns wahrscheinlich. Der hat sich einmal geknallt. Mach fertig. Oh, da rett er die nächste Palette. Ja, Paletten hat er gern. Ja, 4000 Jen, wenn du willst. Nein, ich mach gerade Totem. Ja, dann mach Totem. Na, mit Totem kann man nicht raus. Das weißt du schon, oder? Wir haben noch die Punkte. Ahhhh. Ahhhh. Nein! Ich bin da von dieser Scheiß-Dingster, Wingster. Ich kann die Virus nicht abhängen. Das schwuler Schranke. Wingster-Dingster. Das Wingster-Dingster hat ein Virus. Wischen. Der geht links lang. Fussichtbar. Fussichtbar und schick nach Hause. Kann ihn dir wurs. Hinter dem Generator weitermachen. Zu mir kommt bitte. Warte noch. Noch nicht abhängen. Noch nicht abhängen. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Wenn ich noch was will auf Crazy gleich einfach auf den Deckel kriege. Hol mich jetzt runter. Jetzt, jetzt, jetzt. Hol mich jetzt runter. Na, Deckel ist auf den Deckel. Jetzt kriegt er was auf den Deckel. Genau deswegen. Das ist Topic mein, äh, kleiner Juno. Warte, warte. Ich geh hin. Nerf ich mal, Generator links. Hm. Das ist doch weg, du Scheiße, hm. Geht sie doch lauter? Ja, es geht lauter. Ja. Es ist von mir weg. Da hab ich gesehen. Ich bin in die Richtung, wo ich am Haken hing. Mach fertig den Generator. Ja, ja, ich mach's hier. Mach's und dann häng ich dich ab. Ja. Ja, du hast wieder eine Reichweite bis zum Mond, ey. Ich weiß, hat er. Er hat halt den großen Knüppel da. Was soll ich ihm sagen? Ich zeig ihm nicht nur meinen Knüppel. Er hatte wirklich einen riesen Knüppel in den Arm. So, nicht weglaufen. In der Werkstatt ist noch ein Generator, Crazy Duck. Okay. Bei denen würde ich sogar die Reichweite verstehen. Er ist hier hinten in meine Richtung. Er geht wieder zu dem Generator, den ich gerade machen wollte. In der Werkstatt. In der Werkstatt, die ich nicht. In der... ...den du mir gesagt hast, Virus. Mhm. In der großen Werkstatt. Wer sieht oben, guckt doch auch. Ja! Ja! Ein Fenster wird aber nicht kommen. Nein, ist da irgendwie vorbeigelaufen? Nein, nein, nein. Ja, ich suche gerade den Eingang. Du blingst, ey. Da sind halt überhaupt die ganze Scheiß weg da drin. Ach so, es könnte nicht größer sein. Da ist ein Fenster. Kommt durch. Ja, das macht doch wieder so viel Krach. Naaaah! Boah, das war knapp. Virus, ich geh zu dem Generator, den ich gerade versucht habe zu machen, ne? Ja, ja. Ja, ich... Den einen, den du mir gesagt hast. Ja, mach, 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 mach! Crazy wird dir gegen die Arsch und ich bin in der Nähe. Hat er schon dagegen getreten. Ich bin in der Werkstatt, ja, Mann. Ich bin halt schon wieder echt am Arsch. Müsst du mir ihn ablenken? Ja, allgemein. Ja. Drei. Die C-Rate. Zieh. Zieh, zieh. Zieh, zieh. Zeig, sie am Knallen. Ach, der war perfettig. Der macht jetzt fertig. Ach, ich nee. Der ist jetzt wieder ziemlich weit runter. Laberkalle. Da kommt jetzt zu dir was zu mir. Nein! Dörfi, zieh dein Generator dahinten. Und roll Crazy runter. Mach erst den Jam. Ach, ich bin so dämlich. Ich bin absolut dämlich. Ich lauf einfach vor den Video. Halt da. Aufhängen und zu die Fische blasen. Crazy Hammer. Der ist in seiner Richtung. In Hocke laufen, in Hocke laufen. Der hört sich nicht stöhnen. Krass. Krass noch nicht mehr. Jetzt versuchst du die Edge? Der Chen in der Werkstatt ist fast fertig. Die könntest du fertig machen. Halt mich direkt. Halt an! Wer mögt. Der hat dich laufen gesehen. Er hat dich gerade gesehen. Hau ab! Das war's dann. Mal schön, euch gekannt zu haben. Macht's gut. Alle gehen drauf. Toll. Es jagt dich immer noch. Das muss ich nicht sagen. Löchterseite. Das war's mit mir. Ja. Ey, Rang 17 Killer. Ey, Pfff. Oh, Murphy. Hat die meisten Punkte. Ja, das war's. Ich kann nicht feckeln. Mal gucken, was er macht. Geht er dich trotzdem zu machen? Er hängt dich auf. Ja. Kannst du dich abhängen? Ah, den kommst du nicht. Ja, komm mal. Ich hing noch mal. Hing ich da mal? Weiß ich nicht. Ja, ja. Nein. Nein, ich hing noch nicht. Ach, das ist der letzte. Da hat der Perk drinnen dafür. Automatisch da. Ja. Da war das. Da jenes Geblutung. Italien. Räuber. Verstörend. Ja, ja. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Mach's gut, Leute. Tschau, tschau. Tschüss.